Da kann man nur so blöd sein wie du! Jedes Mal fast wieder auf! Geizgutze fix, Halleluja! Hör mal mit deiner Scheiße auf! Jeden Tag derselbe Scheiß! Ich hab keinen Bock mehr auf die! Du bist mir einfach zu blöd! So, ich hab jetzt die Polizei gewählt. Und jetzt geb ich die weiter, Stefan Müllberger. Sie, Herr Polizist, der Stefan Müllberger hat mich gerade gedisst. Er hat ein Video aufgeladen, was meinen Namen drunter hat und wo ich zu hören bin. Und, ähm... Ich geh fix, jetzt hast du wieder was rein! Das Lachen! Ich bin 29, ist das so wichtig? Du müsstest antworten, ich bin 18, sonst darf ich nicht mit dir schaden werden. Dann bist du unter 18. Und das ist ja nicht erlaubt, als älteren oder wenigeren zu schaden, wenn du unter 18 bist. Also, müsste ich wünschen, ich bin 18 und das Sekt von der Lösen. Ich will die Bundesstiftung von Haaren spüren, ich will die Bühnenhandsche spüren am Sektor in der Welt. Ich will die Bühnenhandsche spüren. Wir wissen, wie ein großer Bauer mich macht. Wenn er absolut bei unsicht auf ihn... Nein, hör auf mit deinem Schmal! Ich hab da Frage gestellt und sonst ganz gerne und sonst... Und sonst hör mal mit deinem Scheißdreck auf, ey! Beantwortet mal die Frage, die er gestellt hat. Hässt du Händen nun wie zuher zu schieben? Alter, haben sie dir jetzt ins Hirn geschissen. Du sollst jetzt das löschen, sonst kriegst Polizier von euch. Alter, du sollst das jetzt löschen. Lösche jetzt das Video sofort. Sofort jetzt. Jetzt her endlich auf. Her auf und lass mich jetzt in Ruhe mit. Undo, mei, tei. So, das ist ein guter Knopf.